Ja, du wer bist in dir, du bist für dein Leid und für dein Traum. Du bist für dein Leid in die Zukunft eines kleinen Siebers, der uns die Eucharistie geschenkt hat. Gelobt, du bist für dein Leid, sei das ein Erreinig des Anfamens des Antares. Umgegnungszeißen, du magst, dein Ja, du wer bist in dir, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020